Warum immer niedrigere Renten versteuert werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Rentenbesteuerung lässt uns ja nicht los. Ich habe eine tolle Tabelle und zwar vom Bundesfinanzministerium. Diese Tabelle ist vom 20. April 2020 und die wurde auch auf der Internetseite vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht. Aus dieser Tabelle können Sie entnehmen, wie sich das zu versteuernde Bruttorenteneinkommen seit 2005 entwickelt hat. Das heißt also die Höhe des monatlichen Bruttorenteneinkommens in Bezug auf die Frage, ob aus diesem Bruttorenteneinkommen dann eine Steuer zu zahlen ist. Ein Rentner, der also im Jahr 2005 eine Rente bezogen hat, erst bei 1.493 Euro Bruttorenteneinkommen mit einer Besteuerung rechnen. Wenn er denn eine Steuererklärung abgegeben hat. Im Jahr 2020 liegt der Betrag der Bruttorente, die zu einer Steuerpflicht führen kann, bei sage und schreibe 1.166 Euro. Das heißt also, wir haben in der Zeit von 2005 bis 2020 eine Absenkung des steuerpflichtigen Bruttoreinkommens aus einer Rente von über 300 Euro. Das heißt also, dass wenn ein Rentner im Jahr 2020 eine Bruttorente von über 1.166 Euro bezogen hat, Voraussetzung natürlich, die Rente beginnt auch im Jahr 2020, dann muss er eine Steuererklärung abgeben. Ob dann eine Einkommensteuer zu zahlen ist, ist noch eine ganz andere Frage, weil man ja erst mal noch die Abzüge vornehmen muss von den zu versteuernden Einkommen. Also Sie können sich bitte mal die Tabelle angucken. Wir werden sie auch in einem nächsten Textbeitrag auf rentenbescheid24.de zur Verfügung stellen. Das sind ganz interessante Informationen. Ich kann nur allen Rentnerinnen und Rentnern raten, prüfen Sie bitte, ob Sie mit den vielen Rentenerhöhungen der letzten Jahre nicht auch schon der Besteuerung unterliegen. Wir haben in Deutschland im Jahr 2020 einen Grundfreibetrag zur Steuer von 9.408 Euro zu versteuerndes Einkommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel